Hallo zusammen, da sind wir wieder beim Fußballkindergarten der Münchner Fußballschule. Wir legen heute wieder los mit euch und ich wollte euch noch mal darauf hinweisen, dass wir ab jetzt täglich immer um 16 Uhr montags den Fußballkindergarten ausstrahlen, dienstags das Fördertraining, mittwochs das Fördertraining, donnerstags erneut den Fußballkindergarten und vorbeitags erneut das Fördertraining. Zusätzlich gibt es noch die Challenges von unserem Chef vom Faxe. Die Videos kommen via Instagram, via Facebook und weitere Sachen. Jedenfalls werden die Videos hochgeladen, also immer schön fleißig liken und teilen. Legen wir mal los. Was wir wieder brauchen ist ein Ball. Wir brauchen wieder unseren Stuhl. Das heißt, wir platzieren hier unseren Stuhl. Wir platzieren den Ball drunter und wir brauchen wieder ein paar Markierungen. Wir nehmen da wieder die Kloballen her. Das heißt, eine Kloballe können wir hier wieder platzieren. Eine zweite platzieren wir hier. Der Abstand kann dann wieder beliebig gewählt werden. Je nachdem, was das Wohnzimmer oder der Garten oder das Spielzimmer ebenso hergibt. Und ja, ich zeige euch gleich mal, was hier so abgeht. Und zwar legen wir vor allem maßlos. Der Ball befindet sich unter dem Stuhl und wir müssen natürlich wieder den Ball hier rausziehen. Jetzt hatten wir es so, dass wir beim letzten Mal das mit dem Ziehen vorlegen gemacht haben. Jetzt wollen wir eine Stufe weitergehen. Ein bisschen schwieriger, aber dennoch machbar. Und zwar mit dem Ziehen zurück. Das heißt, wir greifen jetzt nicht mehr mit dem linken Fuß von der Seite, sondern wir greifen hier mit dem rechten Fuß. Wir ziehen den Ball raus, sodass er in Bewegung kommt und spielen den Ball mit der Innenseite da nach vorne. Achtet bitte darauf, dass der Ball nicht zu stark gezogen wird, aber auch nicht zu schwach. Das heißt, der muss schon am Standbein vorbei rollen. Wir holen Schwung von außen und treffen den Ball mit der Innenseite. Wir drehen dann hier den Ball nach vorne. Sobald wir an der zweiten Rolle vorbei sind, legen wir los, indem wir das Ganze wiederholen. Das heißt, ziehen zurück wieder. Ganz leicht. Drehen uns und bauen das Ganze zum dritten Mal ein. Ziehen zurück. So. Wir nehmen jetzt Anlauf, sodass der Ball klar vor uns liegt und versuchen den Ball wieder durch den Stuhl durchzuspielen. Und zwar nicht mit der Spitze, sondern mit der Innenseite. Ich zeige es noch einmal. Wir versuchen unseren Standbein hinter dem Ball zu setzen, Ferse nach vorne zu drücken und den Ball sanft, nicht fest durchzuspielen. Okay? Wenn dann der Papa noch dabei sitzt, kann er die Bälle auch auffangen und dort wieder hin platzieren, äh, unter dem Ball platzieren. Ansonsten kann man auch hier den Stuhl, wie gerade eben gezeigt, an der Wand platzieren. So kommt der Ball, wenn er nicht gespielt ist, wieder hier zurück und wir können den Ball dann selbst da hin platzieren. Okay. Wollen wir loslegen Chris? Jawohl. Alles klar. Dann bin ich gespannt, wie gut es läuft. Also ich leg den Ball hier drunter. So. Alles klar. Du darfst loslegen. Und mit rechts. Ziehen. Zurück. Wir führen den Ball nach vorne. Jetzt wird der Ball wieder kontrolliert. Sehr gut. Ein drittes Mal. So. Den Ball kannst du auch ruhig stoppen. Genau. Du kannst ruhig bis zur Rolle vor. Leg den Ball bis zur Rolle vor. Jetzt nehmen wir ein bisschen Anlauf. Ja? Aber weil den Ball trotzdem zusammen gespielt. Sehr gut. Schau mal. Der Ball kommt wieder fort. Hups. Und ich leg den Ball hier wieder hin. So. Und gleich der zweite Versuch. Schatz wieder so gut. Ziehen. Zurück mit der Innenseite gespielt. Jawohl. Wir ziehen. Schwung leicht von außen. Lenken um den Fuß herum. Genau. Ball nochmal stoppen. Am besten natürlich mit der Sohle. So wäre der Ball neben den Tief liegen. Aber der war nicht erst rein. Aber der war durch. So. So. Und noch einmal. Gelb. So. Beide wieder spazieren. Genau. Spielen. Sehr gut. Jetzt haben wir schon drei Treffer gemacht. Ich mache nochmal zwei. Und dann probieren wir das Ganze mit dem inneren Fuß. Zack. Zack. Sehr gut. Zack. Gestoppt. Anlauf genommen. Und hier rein. Sehr schön. Durchgelesen. Noch ein Versuch. Kommst du gut an die Ball? Ja. So. Wir ziehen mit raus. Ja. Ziehen gerade raus. Dann werden die Fußspitze zeigen. Da rein. Jawohl. Was passiert? Ein paar Schritte Anlauf. Und der Ball wird gespielt. So. Und jetzt probieren wir es den Ball mit dem rechten Fuß reinzuspielen, statt mit dem linken. Okay. So bleibt aber denselbe. Sehr schön. Gut. Genau. Ganz leicht anspielen. Ja. Wir sind hier nicht auf dem Basen. Der Ball rollt immer weiter. So. Sehr schön. Das war der erste Treffer mit dem rechten Fuß. Jawohl. Noch einmal. Und noch einmal. Sehr schön. Gut gemacht. Und jetzt spielen wir wieder mal rein. Jawohl. Der muss noch gar nicht so fest gespielt werden, gell? Okay. Wenn man einen Nachbarn hat, hinter einem hier. Die Freunde. Die Freunde. Das passiert. Das passiert. Das passiert. Das passiert. Selbst den Westen. Deshalb Stuhl, dahinter die Couch. Oder eine Matratze, eine Isomatte hin platzieren, sodass es den Schuss etwas abdämpft, wenn man selber nicht hier dabei stehen kann, um den Ball eben zu bremsen. So, noch zwei Wiederholungen. Okay? Das schaffst du, oder? Ja. Wundervoll. Klasse. Cool. Vorsicht, nicht zu schnell. Sonst läuft es noch gegen die Wand. Ja. 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 Bist du bereit für den Wettkampf? Ja, ich bin bereit. Okay. Das Beine durchschütteln. Alles lockern. So. Ich werde mir das so machen. Weil du natürlich nicht schon eine Stufe weiter bist. Bist du ein großer großer Junge. Versuchst den Ball so durchzustehlen, dass der gerade wieder zurückkommt. Okay. Und du legst den Ball selber jetzt hier ab. Okay? Ich stelle mich hier außen dazu. Ich möchte es gar nicht mehr so großartig einwirken, damit ich mich besser hier von Hause überhandeln werde. Alles klar. Bist du bereit? Ja. So. Dein Ziel ist es wieder 10 Tore zu machen. 10 Punkte. Wir machen es ein bisschen schmackhafter, dass du auch mit dem schwachen Fuß spielst. Das heißt, mit dem schwachen Fuß gibt es 2 Punkte, wenn du triffst. Okay. Wir starten 1 Punkt. Okay? Okay. Wir schauen mal gleich auf die Zeit. Okay? Okay. In wie vielen Minuten du das schaffst. Okay? Nicht zu hektisch werden. Den Ball immer hier wieder stoppen. Anlauf nehmen. Dann reinmachen. Okay? Ja. Gut. Und wir legen los. Auf geht's. So. Was wollen? Sehr gut. So. Haben wir aufgenommen. Erstmal mit dem starken Fuß. Nein. Gleich mit dem schwachen Fuß. Alles klar. Wundervoll. Wundervoll. Zwei Punkte gibt es schonmal. Genau. Abgelegt selber. Hopp, hopp. Jetzt mit dem starken Fuß. Alles klar. Ja. Ja. Vielleicht doch noch mal den schwachen Händen. Wenn man einmal getroffen hat, dann sollte man vielleicht nochmal probieren mit dem gleichen Fuß. Bis man mal einen Fehlschuss macht. Dann kann man es auch mal mit dem anderen probieren. Und bleiben bei zwei Punkten. Aber bist sehr gut in der Zeit. So. Schon die dritte Wiederholung. Innerhalb einer Minute. Ah. Scheiße. Zweite bei zwei. Wundervoll. Ziehen zurück. Knapp bei dir. Wundervoll. Sehr sauber ausgeführt. Jawohl. Da ist der nächste Treffer. Wundervoll. Liegt schon. Wundervoll. Noch ein bisschen weiter rein. Genau. Zwei zum linken Fuß. Oder? Ja. Dann haben wir drei Punkte. Wie weit seid ihr? Wie viele Punkte habt ihr? So. Wer schlägt den Fis? Wer schlägt den Fis? Wer schlägt den Fis? Drei Punkte hat er. Und das war ein Halbfall. Das ist der vierte Punkt. Wer nähert sich der Marke von 10? Rechter Fis. Genau. Schw stipend ausgeführt. Jawohl. Und lass dir Zeit beim Schließen. Ich kriege dich da Essen jetzt noch mehr aktiv. Wie du kannst. W sorblich zum Zumal versungkinsten. Jawohl. ב! Der Gegend durch. Das ist der fünfte Punkt. Wund väldigt die nächste Wiedengelung. Hopp, hopp. Beide spaziert, jetzt wieder mit rechts, alles klar, voll, 7 Punkte schon, noch 3 Punkte fehlen dir, 3 Punkte, wer unter 7 Punkten ist, bei euch zählen jetzt die Punkte alle dreifach, der nächste Treffer entscheidet, ok, der Chris, der muss weiterhin seine Pünktchen sammeln, für euch ist der nächste Treffer dreifach wert, auf geht's, das ist schon 9, so treff sich der Chris, das ist ja Wahnsinn, hast ausgeschlafen, richtig frisch schon ausgeruht, ja, gefrühstückt, und gefrühstückt, ich spüre es, der Wind hier, da war der Fuß wieder zu stark eingewinkelt, passiert, auf geht's, wie viele Punkte habt ihr, zählt auf euch immer noch dreifach, jeder Treffer, wer hat alles den Chris geschlagen, das ist die große Frage, und auf geht's, komm, jetzt, jetzt wird's der Treffer, hopp, jawohl, sehr stark, unser Wettkampf ist vorbei, wir machen eine kleine Teampause, wir machen das Ganze dann über die andere Seite, ok, also kurz verschnaufen, auch wenn ihr jetzt im Wettkampf nicht die 10 Punkte geholt habt, kurz mal verschnaufen, wir legen in 2 Minuten wieder los, und zwar über die andere Seite, gut. So, Trinkpause sollte langsam zum Ende kommen, und wir legen jetzt los mit der andere Seite, das heißt, wir legen die Rolle einmal hier hin, nicht die Ecken, wir nehmen den Stuhl etwas weiter rüber, auf das Eck, wenn es nicht fällt, jetzt darfst du mit deinem Lieblingsfuß dran, jetzt endlich, jetzt leuchtet die Übung flüssig, ja, jetzt leuchtet die Übung flüssig, ja, genau. Auch hier müsst ihr darauf achten, den Abstand so zu wählen, wie es halt eben, ja, wie weit eben halt das Kind ist, das heißt, wenn es jetzt noch nicht so weit präzise schießen kann, sollte eher der Abstand kurz gewählt werden, so wie eben beim Chris. Man kann natürlich auch den Abstand viel, viel größer wählen, wenn man da schon ein bisschen weiter ist, vor allem wenn man jetzt als Ziel auch ein Tor hat im Garten oder sowas, da kann man natürlich da das Ziel viel größer wählen, den Abstand viel größer wählen. Alles klar, wollen wir loslegen, ich setze mich jetzt mal wieder hier auf den Stuhl, ja, danach machen wir uns das wieder ohne, okay, einfach um dich jetzt erstmal zu unterstützen, dann hast du den Ball auch mal gleich parat, okay, gut, wir machen wieder zehn Wiederholungen, du machst fünf mit links, die Abschlüsse, fünf mit rechts, zieh zurück links, jawoll, zieh zurück links, leg den Ball wieder hin, so, und jetzt schön zwischen die Beine schießen, und hopp, der bewegende Fuß, kommst du gut dran, komm, ziehen, zurück, sehr gut, ziehen, zurück, einmal gedreht, und ein letztes Mal noch, jawoll, Ah, ganz, ganz, ganz krank. Tja, leider müssen es halt auch mal weitere Spieler werden. So, gut, da habe ich dir jetzt gut geholfen. Das war der Reflex, der Spürmerreflex, Fuß reinhalten, um den Reiner reinzulenken. So, voll. Sehr gut. Der kommt schon, wie ein Doppelfranz gleich wieder zurückgespielt. Einmal Freize. Und jetzt müssen wir mit einem anderen Fuß, gell, jetzt spielst du nochmal die Beine mit links rein, sollte aber eigentlich ein Problem sein. So. Hopp, hopp. Wieder einmal jetzt mal zurecht. Genau. Anlauf nehmen. So. Voll. Dann kommt auch wieder hier raus. Was macht es mal nichts passiert. Das wird gleich einmal wiederholt. Wenn mal der Ball hier stecken bleibt, hat alles gar kein Problem. Das ist immer ein sehr gutes Zeichen, sehr gerade gespielt. Einen Versuch machen wir noch, dann können wir mit dem Wettkopf wieder starten. Beine werden müden. Wir machen jetzt eine Verschaufpause. Beine nochmal durchschütteln und dann gehen wir wieder in den Wettkopf. Ich werde mich wieder hier außen platzieren. Das heißt, du spießt die Bälle am besten so rein, dass er wieder raus springt. Wie beim Doppelpass. Okay, dabei springt wieder zurück. So kannst du das Ganze nämlich so erhöhen von der Geschwindigkeit. Gut. So. Bereit? Ich glaube schon, ja. Ja? Ja. Gut. Wunderbar. Leg daran, 10 Punkte gilt es zu erreichen. Starker Fuß gibt einen Punkt, schwerer Fuß gibt zwei Punkte. Ja? So. Und. Los geht's! Die Kinder machen natürlich mit. Das heißt, wir starten alle gemeinsam mit in den Wettkampf. Schauen wir mal, wer schlägt diesmal in den Griff. Vielleicht sogar doppelt. Hopp. Der erste sitzt natürlich wieder hier. Erster Punkt. Erster Versuch. Hopp. Hopp. Jawoll. Das ist auch schon der zweite Versuch. Der zweite Punkt. Genau. Direkt über die Schule. So, dass wir gerade so fern kommen. Sehr gut. Schauen wir mal, ob das auch ein drittes Mal erfolgreich sein ist. Ja. Haben ja einige Headtricks gesehen. So. Dritter Punkt. Oh, da müsst ihr euch jetzt ran halten. Da müsst ihr euch jetzt ran halten. Fehlerfrei. Machen wir es mal so. Jetzt versuchst du es mal mit rechts, oder? Ja. Ja. Zählt zwar doppelt, wenn du triffst. Aber. So haben die Kids eine höhere Chance gegen dich. Ja. Ja. So. 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 Frau kommt oben rechtsmaße. Das ist doch super bei dir. Hier. Sehr hoch. Hopp. Beide jetzt liegen jetzt. Anderen nach dem Runatur nehmen. Kurz den Schweiß von乙 robben wischen. Ja. Aufhör. Ja. Dieserter cript. Ich durfte den Treff. Du hast noch da reingeschossen. Halleluja. Fünf Punkte. Fünf Punkte. Wir nähern uns dem Ende. Auf geht's. Das ist super bei dir. Wie viele Punkte habt ihr? Auch schon an die fünf, sogar mehr. Immer mal wieder auch mit dem schwachen Fuß ausprobieren. Wird immer doppelt belohnt. Ich habe schon sieben Punkte. Jetzt zählen eure Punkte wieder dreifach. Jeder zweiten Retroffer zählt dreifach, um den Chris hier noch einzuholen. Sauber machen. Sehr gut. Ja, das war hier zurechtgelegt. Spielen wir vielleicht ein bisschen gerade dritten. Genau. Bleibt bei sieben Punkten. Auf geht's. Wer schlägt den Chris? Ich glaube, der hat sein Glück den Platz verlassen. Endgültig. Ah, tja. Doch nicht. Acht Punkte. Tja. Treffer mit dem schwachen Fuß oder zwei mit dem starken. Auf geht's. Jawohl. Noch mal alles zurecht drücken. Ah, ah, ah. Ja, wir sind auf jeden Fall so ein Nachbarzimmer. Genau. Ganz wunderschön. Vielleicht nicht ganz so weit drunter den Stuhl. Wir wollen jetzt schon mit viel Fläche treffen. Wir möchten mit dem großen Zehen. Jawohl. Noch mal zurecht gelegt. Und einer starken muss her. Neun Punkte. Oh, oh. Das kommt hier zum Finish. Schauen wir mal. Wie viele Versuche brauchst du für den letzten entscheidenden Punkt? Lauf. Und. Ah, jetzt kannst du dich nicht entscheiden. Ja. Schießt mit beiden Füßen gleichzeitig. Ah, da haben wir's. Und Stopp. Hast mal wieder eine ordentliche Zeit vorgelegt, muss ich sagen. Mitkampf ist vorbei. Auf der Übung ist damit beendet. Schauen wir mal. Wer hat alles den Kitz geschlagen? Der hat mal wieder eine tolle, tolle Zeit vorgelegt. Aber ich denke mal, der ein oder andere hat sich halt auch sehr gut geschlagen. Wir machen jetzt eine kleine Trinkpause. Und gehen dann weiter in die nächste Übung ein. Alles Gute. In der nächsten Folge. Wir kommen zur zweiten Übung. Was wir brauchen, sind erneut zwei Rollen und den Stuhl. Wir werden jetzt den Stuhl hier platzieren und ein bisschen mehr im Zentrum. Und wir machen das Ganze so, dass wir hier zwei Rollen jetzt ein bisschen enger beieinander haben. Wir werden jetzt das Ganze kombinieren, das heißt wir haben jetzt den Ziehen zurück und wir werden den Übersteiger üben. Wir legen damit fangen wir mal los. Wir haben den Ball in der Hand und stehen hier hinter den Rollen und legen los mit einem Übersteiger mit dem linken Fuß. Das heißt, ich gehe mit dem linken Fuß um die Rolle herum und mache den Ausfallschritt rechts. Ich mache erneut den Übersteiger mit dem linken Fuß um die Rolle herum und ausfallschritt rechts. Ich lege dann den Ball hier auf den Boden. Nicht hinschmeißen, sondern tatsächlich neben. Und jetzt brauche ich den Übersteiger um den Ball herum. und schiebeln den Kontakt hier nach außen. Damit der Ball wieder unter Kontrolle gebracht wird, stoppen wir den Ball mit der Sohle und bauen jetzt das Ziel zurück ein. Das heißt, der Ball wird mit der Sohle gegriffen mit dem linken Fuß. Und wir ziehen den Ball zurück, hopp, durch und spielen den Ball rein. Was natürlich auch geht, dass man den Ball hier greift. Wir ziehen den Ball und wir spielen den Ball ganz fest und probieren den Ball so rein zu spielen. Der Abstand kann ja auch hier wieder variiert werden. Ich zeige das jetzt noch einmal kurz. Also ich stehe da. Hier will ich die E und T. Übersteiger links, Ausfallschritt rechts. Übersteiger links, Ausfallschritt rechts. Ball wird hingelegt. Übersteiger links, Ausfallschritt rechts. Ball wird gegriffen. Ziehen und hopp. Und da ist der Treffer. Okay? Anspruchsvoll, oder? Ja, das ist schwierig. Aber das kriegen wir hin. Wir machen das Ganze gleich im Wettkampf. Okay? Also keine Schontrist. Und wir versuchen hier sofort auf 10 Treffer zu kommen. Danach wechseln wir die Seite. Alles klar? Alles in deinem Tempo. Achte darauf, immer mit dem linken Fuß vor die Rolle zu gehen. Und der rechte Fuß macht nur den Ausfallschritt. Wir machen das Ganze jetzt mit dem linken Fuß. Und auf geht's. Linker Fuß geht vor. Rechter Fuß macht den Ausfallschritt. Ja, warte. Linker Fuß geht. Hopp. Um die Rolle. Rechter Fuß geht. So, jetzt legen wir den Ball hin. Und jetzt stellt man sich einfach vor, da die Rolle ist jetzt der Ball. Hopp. Und jetzt schieben wir den Ball. Sehr gut. Ball gegriffen. Ziehen. Und hopp. Soll ich gleich schießen? Ja. Du kannst danach spielen. Auch den rollenden Ball. Den musst du nicht jetzt zwingend stoppen. Genau. Wenn du den Ball gut vorlegst, dann spielst du ihn nachher auf einem Meter rein. Aber das ist gar kein Problem. Okay. Ja. Oder du fokussierst jetzt hier. Überlehrte aus, die ich auch am Ende gezeigt habe, dass wir den Ball mit dem Trick rein spielen. Hopp. Jawoll. Übersteiger links. Hopp. Ja. Übersteiger links. Hopp. Jawoll. Sehr gut. Ziehen. Zurück. Jawoll. Sehr stark. Ball wieder aufnehmen. Du kannst den Ball natürlich auch gegen die Wand spielen und dann direkt in die Hand aufnehmen. Wenn du das schön zurückprallt. Hopp. So. Übersteiger links. Rechts. Schiebt. Ja. Nicht r Minneapolis. schlagen schieben zwar gut gemacht aber es jetzt probiert aber passt wenn dabei so eine reingeht schaut nicht nur gut aus fühlt sich auch richtig gut an übersteiger links die hände zum einsatz kommen wir wollen ja den ball eben die hände aufnehmen steiger links rechts übersteiger links wir stellen uns vor dass wir diese rolle jetzt vor uns her schieben und er geht rein sehr stark noch achtet darauf dass wenn du den übersteiger gemacht hast ist dein fuß schon leicht so ein klickst als würdest du die rolle schieben wollen okay nur dass wir nicht tatsächlich treffen sondern wir gehen dahinter vorbei okay das heißt ich stehe und jetzt nicht einfach nur der ausfallschritt sondern wir gehen so bis an dieser rolle heran so vorbei okay so haben wir diesen überschreiter schon an dieser rolle geübt und haben es dann leichter wenn wir es am ball üben hopp genau und nochmal hopp sehr gut genau dann klappt der übersteiger auf einmal wie in einem guss hopp hopp sehr schön zack zack vorgelegt und eingespielt so haben wir noch zwei wiederholungen okay hopp 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 so nicht zu stark anschieben werden nach dem übersteiger also sonst wären das nur noch im gästezimmer okay müssen das hier auf engem raum machen hier machen ist ja auch nicht schnell das ist ja erstmal üben dass die bewegung sitzt genau übersteiger und eingedreht und wieder schieben genau und dann sind wir gleich hier in der mitte auf 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 und dann sind wir noch einen letzten belag drehen wir die seite ok übersteiger oder das war besser Wir verschnaufen kurz, wenn man was trinken macht, wenn man was trinken. Jetzt machen wir das Ganze natürlich spiegelverkehrt. Ebenfalls üben, jeder hat hier seine Schokoladenweite. Wir wollen den über die vernachlässigen, vielleicht klappt er mit dem anderen Fuß besser. Das heißt, wir werden jetzt mit dem rechten Fuß vor die Rolle gehen. Der linke Fuß macht den Ausmaßschritt schräg nach vorne. Die wird nicht auf gleiche Höhe sein. Schräg nach vorne. Dann stehen wir wieder hier, machen wieder den Schwung neben die Rolle und dann schräg nach vorne. Legen den Ball hin und jetzt wieder hopp, zack. Und dann schräg nach vorne. Der Ball wird wieder kontrolliert. Wir schauen dann kurz Richtung Ziel. Visieren an, lenken den Ball, spielen rein. Oder für die super Fortgeschrittenen. Hopp, hopp und dann geht er leider nicht rein. Man macht nichts, dafür hat man ja einige Versuche. Vielleicht klappt es ja. Okay? Bist du bereit? Ja. Ja. Probierst du nur die zweite Variante, die ich dir gezeigt habe. Okay? Okay. Während für die Kids jetzt die Aufgabe ist, ihr sollt den Chris schlagen. Und zwar muss er jetzt fünfmal hinter seinem Standbein die Treffer machen. Bei euch ist es so, jeder Treffer zählt einen Punkt. Egal wie ihr ihn rein spielt. Ob nur nach dem Ziehen zurück und dann nochmal rein spielen. Oder ihr probiert es ebenfalls, die super Fortgeschrittenen Variante aus. Okay? Schauen wir mal. Wer schlägt den Chris? Bist du bereit? Ja. So. Und auf geht's. Übersteiger rechts, links der Ausfallschritt. Übersteiger rechts, links der Ausfallschritt. Genau. Übersteiger rechts, links schiebt. Jawohl. Ziehen. Zurück. Ah. Tja. Einfach wird es jetzt nicht, finde ich. Ja. Jetzt geht es. Ja. Absolute Konzentration. So. Überschreiber. Schieben. Freikonfrieren. Oh, jetzt bist du super ausgerichtet. Ich ziehe schon. Ah. Tja. So. Und wir machen weiter. wieder mal. Hopp. 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 Jawoll. Übersteiger. Schieben. So. Und jetzt ziehen. Zurück. Und da haben wir den ersten Kontakt. So. Jetzt bin ich im Flow wie jetzt. Da bin ich gespannt, ob du jetzt hier für Serie startest. Hopp. Außer Schritt Schreck. Hopp. Versuch dann dann nach dem Übersteiger den Fuß neben die Rolle zu setzen. Und dann bricht wieder dahinter. Hopp. 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 Ah. Das ist spannend gemacht. Ganz, ganz oft angespielt. Ja. Nicht alle haben schon Größe 85. Hopp. Hopp. Jawoll. Die meisten Kids haben schon ihre ersten Punkte gesammelt, gell? Mindestens zwei. Die krieg ich sogar wahrscheinlich schon dreieinhalb, vier. Jetzt bist du derjenige, der wahnsinnig unter Druck steht. Hopp. Hopp. Und. Ah. Schon wieder. Wir brauchen größere Stühle. Größere Stühle. Andere Markierungen. Da gibt es allerlei Möglichkeiten. Aber das sollte ja auf jeden Fall eine Herausforderung sein. Durch die Zimmertür schießen wäre ja zu einfach. Wie viele Treppen hast du jetzt? Zwei. Zwei. Alles klar. Auf alle. Auf. Auf. Jawoll. Auf. Schieben. Wenn... Ich muss mal durch die falsche Gassen fahren. Na dann nehme ich dir. So. Jetzt bist du umschau, oder? Jetzt gehts los. Jetzt gehts los. Jetzt gehts los. Jetzt gehts los. Alles davor war nur Riedmung. Jetzt werde ich jetzt erst von Aldinho schauen. No look. Ich mache es wie von Aldinho einst. Ah! Passt! Der Posten wird heute nicht entfallen. Nein. Eine Minute gebe ich dir noch. Die Kinder warten schon. Die sind schon alle fertig. Haben ihre fünf Treffer längst markiert. Jawoll. Das war der vierte. Jetzt kommt der letzte. Jetzt kommt der letzte. Das ist just in time. Noch 40 Sekunden hast du. 40 Sekunden. Für alle die erst nur bei drei Punkten liegen oder weniger haben. Bei euch ist jetzt auch der nächste Treffer entscheidend. Einen Treffer müsst ihr noch machen. So wie der Christ. Auf gehts. Jawoll. Stark. So. Wieder kleine Verschnaufpause. Wir gehen in die Pause. Und danach haben wir nochmal ein kleines Abschlussspiel. Bevor die Stunde zu Ende ist. Alles klar. Bis gleich. Das war gut. Du interestingly bist du ja. Du r prayingst, vielleicht kommst du euch morgenacks descobrir Tank. Das Arabe pas wieder auf duskknownst. Und dann noch mal bitte. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. So, wir kommen zum Abschluss. Jetzt brauchen wir einige Klorollen. Am besten natürlich sechs. Ich denke mal, jeder sitzt zu viele daheim. Diese platzieren wir nicht direkt vor der Wand, sondern so gleich einen Meter weg davon. Und zwar haben wir eine Dreierreihe, eine Zweierreihe und eine Einerreihe. So ähnlich wie beim Dosenschießen. Auf dem Kirmes haben wir das hier. Und wir geben einfach einen großzügigen Abstand weg. Was halt eben der Raum so hergibt. Die Treffer, die Tössichermann auch hier ist. Und wir machen jetzt hier einen kleinen Wettbewerb. Ihr dreht uns gegen den Kriss an. Wir starten also immer gleichzeitig. Bedeutet, ihr müsst euch hier schon die Rollen platziert haben. Ihr müsst den Ball hier hingelegt haben. Und wir legen dann gleichzeitig los. Es gibt folgendes zu beachten. Es gibt Punkte nur dann, wenn natürlich die Rolle so liegt. Das heißt, wenn man hier so durchschauen kann, gibt es den Punkt. So gibt es keine Punkte. Es kann natürlich sein, dass es umgeschossen wird. Und die Rolle landet so. Dann hat man natürlich ein bisschen Pech gehabt. Wir machen das rundenweise. Das heißt, man hat immer nur einen Versuch. Hat man einmal geschossen. Und dann legen zum Beispiel hier vier Rollen so. Dann gibt es vier Punkte. Dann vergleichen wir natürlich. Wer hat mehr? Habt ihr mehr? Ja, der Kriss hier. Alles klar? Vielleicht spiele ich auch eine Runde mit. Jo, okay. So, seid ihr bereit? Wir haben das hier schon mal positioniert. Wir haben hier unsere Pyramide. Und wir legen mit der ersten Runde los. Auf geht's. Du spielst an. Und. Ja, boah. Und wir schauen gleich nach. Ein Punkt. Boah. Ey, 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 ey. Die halbe Pyramide steht ja hier noch. Das heißt, erste Runde. Ein Punkt. Ich denke mal, da stehen die Chancen sehr, sehr hoch. Dass du da hier eher die kürzeren ziehst. Wir haben die der. Die wollen hin platziert. Wir warten noch kurz. Ich wette, es gibt den ein oder anderen. Der hat den Falltreffer gelandet. Es sind alle sechs umgeschossen. Hast du den Abstand jetzt verkürzt? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Genau. Auch hier nochmal der Hinweis. Vielleicht dahinter eine Isomatte hin platzieren. Etwas, was den Schuss dann dämpft. Gut. Wir legen mit der zweiten Runde los. Auf geht's. Wie kommt's? Oh. Jetzt müssen wir schauen. Eins, zwei und drei. Drei Punkte. In der zweiten Runde. Übrigens könnte das auch gegen den Papa, gegen die Mama, den großen Bruder, die Schwester spielen. Alles ist möglich. Man muss das nicht immer gegen den Chris machen. Das war natürlich ein guter Treffer. Drei Punkte. So, dritte Runde. Schauen wir mal. Wer steht? Bist du bereit? Ja. Seid ihr bereit? Auch mal schon. Ja? Ist ja schnell aufgebaut. Und auf geht's. Auf. Oh. Die halbe Klaube steht. Aber was getroffen worden ist, gibt jeweils die Punkte. Wieder drei. Alles klar. Wir platzieren wieder. So. Vierte Runde. Alles steht. Alles ist bereit. Letzte mache ich dann gern. Ja. Ich habe auch mal Bock. Ich will schauen, ob ich vielleicht die sechs knacken kann. Die unteren sind schwierig. Die sind schwer. Da muss man echt, glaube ich, voll in der Mitte treffen. Und auf geht's. Oh. Oh. Fünf. Fünf Punkte. Das ist sehr schwer zu knacken. Also es geht nur, wenn man dann wirklich volle Punktzahl hat. Letzter Durchgang. So. Jetzt probiere ich das mal. Hoffentlich treffe ich überhaupt. Wir wollen. Oh. Ist aber ganz schön weit weg. Schon. Okay. Bereit? Jetzt drückst du mir die Daumen. Selbstverständlich. Alles klar. Und auf geht's. Zwei Punkte. Tja. Da hilft auch nicht der festeste Schuss. Zwei Punkte gibt es. Dafür ist jetzt die Klorolle sehr schön verbogen. Ah. Die geht noch. So. Wunderbar. Damit haben wir auch das kleine Abschlussspielchen beendet. Ihr könnt das gerne noch ein bisschen weiterführen. Wenn ihr sagt, ich möchte noch jemanden hier challengen. Jemanden herausfordern. Und noch abschließend der Hinweis, dass wir ab heute das auch ausstrahlen. Immer ab 16 Uhr. Das heißt, Fukiga montags und donnerstags. Fördertraining ist immer dienstags und freitags. Und das Torwartraining findet im Mittwoch statt. Zusätzlich gibt es noch Challenges vom Fax. Wer da immer wieder Videos reinpostet. Mit wirklich herausfordernden Trickkombinationen. Aber da könnt ihr euch dann mit ihm messen. Und ja. Die Videos seht ihr auf Instagram, auf Facebook, auf unserer Seite. Und ja. Auf YouTube. Und immer fleißig teilen, liken und mitwarten. Alles klar. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus. Ciao, ciao.